Mein Name ist Stefan Kammenzend, ich bin Architekt vom Beruf und leite das Büro Evolution Design in Zürich. Wir sind ein Architektur und Workplace Design Studio und das heisst natürlich, wir wollen verstehen, was sind die Bedürfnisse dieser Menschen heute und in der Zukunft und diese sind natürlich sehr unterschiedlich, ob wir eben ein Wohnhaus entwerfen oder Büroarbeitsplätze. Ich bin jetzt gerade im obersten Stockwerk des Flexhauses. Das Gebäude ist relativ simpel, es besteht aus Geschossen, die jeweils auf einer Seite mit einer halben Rundung aus vorfabrizierten Holzbögen abgeschlossen werden und daraus ergibt sich dann diese Bewegung. Das heisst, wir haben immer sozusagen zwei Seiten zu, gibt uns so einen schützenden Rücken auch im Innenbereich und dann zwei Seiten offen. Das Haus ist sehr hell, sehr leicht gestaltet, wir haben Holzböden, weisse Wände. Wir wollen eigentlich das Licht und eben diese tolle Lage hier reinlassen ins Gebäude und der Aussenraum auch mit dem Innenraum ein bisschen verschmelzen. Ja, wir haben ja diese Bögen und diese Bögen haben eine ganz starke Kraft und es war uns wichtig, eben eine Verkleidung zu finden für diese Bögen, die auch, sage ich mal, diese Bewegung gut aufnehmen können. Wir haben da unheimlich viele Materialien angeschaut, aber wir kamen eigentlich immer wieder zurück zum Gedanken der alten Holzschindeln von den Kirschtürmen, die eigentlich ganz natürlich diese Bewegung aufnehmen, und bei diesen Gebäuden auch so eine gewisse Textur geben, die eben auch eine gewisse Weichheit hat. Und wir wollten aber nicht mit Holzschindeln arbeiten, weil die natürlich eben von der Langlebigkeit, vom Brandschutz, aber auch von der ganzen Verfärbungen nicht ganz einfach zu handhaben sind. Und da war natürlich ein moderner Ersatz dafür und das sind eben Aluminiumschindeln das perfekte Material für das. Und da war natürlich auch ein moderner Ersatz, dieser Bögen. Und da war natürlich auch ein moderner Ersatz für die Bögen. Und da war ja sehr, 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 sehr petalsした Abwechern. Und da war natürlich auch ein moderner Ersatz, dieser Bögen zu haben.